Schon wieder ein Anstrengende der Tag. Nun um die Uhr arbeiten. Übelstünden im Ruhr und dann einkaufen gehen. Die Wohnung aufräumen, Wäsche waschen, das Essen zubereiten, das Geschirr spülen, den Müll ausbringen, den Hund ausführen, das Baby füttern. Es gibt keine freie Stunde mehr. Arbeiten ohne Leben oder Leben ohne Arbeit? Wozu die Technologie? So kann man sein Leben leichter machen. Klein, aber fast. Er erledigt ab jetzt die ganze Hausarbeit. Auf uns. Erleichter 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 Erleichter